Begegnung Die Begegnung wird kurz ausgeführt Nemanja Maximovic Und er geht am Gegenspieler vorbei Da muss er hin und holt sich den Ball Der wäre die Chance über außen Ball geht an den langen Pfosten Situation geht weiter Ist der immer noch gefährlich Auf den sollten wir heute ganz besonders achten Ein enorm physischer Spieler Da muss sich die Abwehr natürlich drauf einstellen Das ist nicht immer leicht Der Ball ist erstmal rausgespielt So kann er da nicht hingehen Ist absolut gelbwürdig Jetzt muss er aufpassen Er sieht die gelbe Karte Vertretbare Entscheidung Der Schiri stand gut Pass wird abgefangen Ballbesitz ist weg Jetzt müssen die dranbleiben Den Ball holt er sich Nemanja Maximovic Da trennt er ihn fair vom Ball Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling Und jetzt haben sie den Ball doch verloren Und weiter spielen Er hat auch Vorteil entschieden Klasse Da sieht er Dass sich eine Chance ergeben könnte Das ist die Chance Wahnsinn Er hält ihn Gute Balleroberung Was machen sie draus? Sie sind weiter am Ball Frage ist wo ist die Lücke Er pariert aber der Ball bleibt im Spiel Versuch es einfach mal aber kein Tor Ah der Winkel war spitz Ah war knapp Nemanja Maximovic Good day Blau Jovic Luka Jovic Schönes Zuspiel Ah da sehen wir es wieder Kraft ist nicht immer die beste Wahl Also rechts Da wäre mehr drin gewesen Ballverlust Da ist er da Er steht gut und holt sich den Ball Alexander Surlott Jetzt wird es gefährlich Da ist der Schuss Harter Schuss Aber Ball geht neben Stor Knappe Angelegenheit Also da hat Wiggy nicht viel gefehlt Einwurf jetzt Tadic Ball bleibt im Spiel Schöne Aktion Das gibt Einwurf Das frühe Pressing jetzt Das macht er gut Jetzt der Schuss Super gemacht vom Torwart Er legt den Ball drüber Bei dieser Ecke Haufen die Fans jetzt auf die Führung Die Ecke kommt Da sind sie immer noch sehr gefährlich Achtung jetzt Keine Tore zur Pause Für beide Teams Vor allem offensiv Sicher noch Luft Entschuldigung Time